Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu eurem Video auf meinem Kanal. Ich werde mich ja wohl in Zukunft ein bisschen distanzieren von dem Daily Ranking, sondern einfach spielen. So wie ich es nämlich momentan mache mit Battlegrounds, wo ich einfach das Spiel laufen lasse, dabei aufnehme. Und wenn hier eine coole Runde kommt, dann lade ich die hier hoch. Und deswegen wünsche ich euch Spaß mit diesem Video, denn ich bin der Meinung, das war hinten eine ziemlich coole Duo-Runde mit Vincent Rakawiski. Okay, da fällt einfach mal, ja die fallen erstmal 100 Meter weiter runter als ich. Alles klar. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da überhaupt looten kann. Wir müssen glaube ich noch ein Stück nach Norden, in die große Halle da drüber zum Looten, weil ich glaube das sind einfach nur Tanks. Ich gehe da auch nicht rein zu den Tanks, gehe ich nicht. Hier das Gebäude westlich davon. Ah, okay, da gehe ich jetzt nicht hin, ich gehe jetzt hier in die große Halle. Okay, ich habe zwei Leute in meiner Nähe. Ja, eins Cordes. Die sind bei diesen drei Gebäuden, in diesen drei Gebäuden da. Ja, in diesen Kasernen halt. Ja, ja. Batman! Hä? Oh. Ich fass die... Rucksack und die West übersehen, ey. Alter, das ist aber auch echt schlecht zu sehen. Äh, ich packe dir mal einen 4er Scope ein. Oh, immer her damit. Waffe wäre ganz geil. Hör mal, da liegt doch eine Waffe. Darf ich die haben? Hallo? Nein, wenn... Die Waffe ist anscheinend im Boden gebackt, die darf ich nicht haben. Ich darf die Munition dazu haben, aber nicht die Waffe selber. Hier ist noch ein Helm, ein einfacher. Ah ja, Helm und eine S-Kale. Okay, das habe ich nicht. Ich habe dann... Weil ich zumindest das Helm nicht mehr Ansagen brauche. Ich habe nur eine Schrotflinte. Und Medi-Zeug, jede Menge. Und eine M416. Keine Ahnung, wo ich hier hinlaufen kann überhaupt. Nehmen wir überhaupt... Da hat er dies riesig. Gefühlt. Oh. Sehr gut. 15-13. Ich hätte sehr gut jetzt einen Rotboot gebraucht. Bei Ammo für eine AK habe ich um die 300 Schuss jetzt. Ah, ich habe keine AK. Wie gesagt M416. Ja, ich wechsel jetzt aber auch auf die AKM. Ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Man muss halt bloß ein bisschen kontrollieren. Okay, ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen. Ich kann dir glaube ich nicht viel helfen normalerweise, selbst wenn ich da rauskomme zu dir. Ich komme zu dir. Also ich kann dir Heilung geben, wenn du zu mir kommst. Das kann ich tun. Das ist ja eine schöne überwachsene Halle hier. Ja, da siehst du nichts, was auf dem Boden liegt. Ich habe mir auch gedacht. Hm. Die sind sogar noch in der Zone. Wenn du einen Red Dot hast oder so. Ich habe einen Holo aufgenommen. Der Red Dot Holo ist so ein ganz normales No-Zoom-Scope. Für die AK oder was? Ja. Ich habe es nun, weil es nicht übrig. Weil ich habe dann doch, wenn du mir einen Vierer gibt, dann habe ich es übrig. So rum. Was können wir machen? Ben komm her. Auf dem Weg. Hier zwischenstellen. Brauchst du Ammo von irgendetwas? Wenn du 5, 5, 6er übrig hast, nehme ich die. Ja, habe ich. Und Schrotflinder nehme ich auch, wenn du die übrig hast. Nein. Also einmal. Okay. Na dann. Hast du Penkelas oder so? Achso, natürlich. Ja, Moment. Hier. Ich bin hier direkt jetzt einmal rein. Die haben dich von der Schule angeschossen. Hm. Aus dem Nordwesten. Ich habe mich aber nicht bespottet. Hier ist noch ein Rucksack. Spire. Nimm dir eine Stun-Nate mit. Okay. Schüsse. So blöd nicht getroffen. Der Fuff. Auf dem Feld direkt. Ist gerade, äh. Nach Nordwesten gelaufen. An den Bunker hier ran. Der vor uns ist. Der Bunker? Oben links auf dem Hügel da, oder was? Jaja. Genau dahin. Auf der nächste. Ich sehe einen. Ich sehe einen zweiten. Genau zu dem Hügel vor uns. Haben sie gelaufen. Ah, die sind da hinten. Die sind auf dem Hügel drauf. Jaja. Ben, Ben, Ben. Lass weiter in den Osten gehen einfach. In den Osten? Weg von denen. Ja, dann. Wobei, die müssen halt zu uns kommen, ne? Genau deshalb. Warte mal, warte mal. Ich hab ein bisschen auf einen. Ich hab einem einen Hit gegeben. Links, Benutzern umrunden. Ist der hinter dem... Ich hab einem einen dicken Hit gegeben. In der SKS. Pass auf, du bist jetzt von zwei Seiten angreifbar, ne? Rechts hinein hab ich erwischt. Sehr schön. Gott, die SKS ist meine Waffe, sag ich dir. Der links ist beim Bunker auf. Südwestlich. Straight südwestlich von uns. Der ist nicht in diesem Bunker drinnen, sondern hinter dieser Betonabsperrung da. Jaja, hab ich mir schon gedacht. Ähm. Ich lauf mal ein Stück und ins Haus hinter uns rein. Ich versuch's mal ein bisschen auf einen anderen Winkel zu kriegen. Hm. Nicht so geil. Der Winkel. Legt übrigens noch ein Zweier hin bei mir. Hab ich. Aber danke. Er, er, er moved, er moved. Tot. Ben. Alter. Du bist ja fast down. Ja, ich dachte nicht, dass er so weit rumgelaufen ist schon. Was ist denn das hier? Oh, Molle, ich hab Rocktailback Level 2 noch nen Holoscope. Ich nehm, pack's dir ein. Die haben ne Dreierweste gehabt. Hier ist auch noch Ammo für dich. Hier ist auch noch Ammo für dich drin. Ich hab, äh. Hier ist noch 7,6er Ammo. Der hat auch ne AKM. 7,6er will ich nicht. Hab ich nur noch. Noch nen 4er Scope. Mein Helm hat er nicht getroffen. Ich hab schon nen Helm. Äh. Painkiller. Wie, das Scope ist hier rechts drin. Hast du schon, oder? Wie, das hab ich dir ja eingepackt. Ich hab das 4er Scope. Ich glaub ich brauch keinen Hole. Hier geht's hoch. Ich nehm hier noch die Painkiller mit. Oh, Bandage nehm ich auch nochmal mit. Hier geht's sogar auf so nen Balkon Ammo raus. Oh, da liegt noch mein Muni. Äh. Biss nen Ska haben. Ist das Holo-Site? Ich brauch keinen Holo. Danke. Okay, dann lass uns, äh, nach Osten gehen. Äh, in die Bunker da auf dem Feld. Osten in die Bunker auf dem Feld. Und meinst du auf dem Berg oben? Ne, hier. Direkt Osten sind noch so komische Bunker da. Bunker-Eingänge. Nicht auf dem Berg. Hier vorne direkt. Die Hallen. Die so bedeckt sind. Ach, diese Hangar. War ich noch nie drin. Ich auch nicht. Deswegen. Im Zweifel steht ein Jeep auf dem Feld. Ähm. Und wir müssen wahrscheinlich eh noch auf die Insel dann. Irgendwie leckt das grad. Hör auf mich so komisch rumzumachen. Ja, so hab ich mir auch grad gedacht. Wie ich echt schlimm mit dir bin. Weiß er da eigentlich. Wenn du noch ne Zweierweste findest, sag mir Bescheid. Ich hab mir die Dreier von dem Typ hier gesnackt gerade. Hier liegt ne Zweier. Direkt unter mir. Ja. Aber Cheekpad Sniper Rifle. Das geht aber hier nicht drauf. Ne. Schade. Das geht nur auf die K. Ich glaub auch wirklich nur auf die K. Boah. Ich hab ne SK mit 20 Schuss drin. Loll. Ach, du hast das Extended Mag. Jaja. Ist da auch noch ein Extended Quickdrawer oder nur Extended Mag? Nur Extended leider. Weiß gar nicht, ob es da ein Extended Quickdrawer gibt. Das wär ein bisschen OP. Gibt es. Gibt es. Ja, das ist OP. Was hast du denn für ne, für ne Visier jetzt da drauf auf der? Vierfach. Ach so. Ohne Fragnate. Deswegen hast du mir das gegeben. Ohne M16. Äh, M416. Ja, hier drüben war noch ne Ding in Stock hinten für die M416. Ich will die M416 aber nicht. Okay. Ich hab schon eine. Ich hab genug AK Ammo. Oh, ein Dreierpack. Backpack. Oh, ich hab noch zwei Nades gefunden. Bin ich auch noch mal mit. Zwei Frags. Putsi. Ich hab nur gerade nicht realisiert, dass ich noch mal ein Single Fire drin hatte. Deswegen hab ich ein bisschen viel Damage gefressen. Bei dem Kampf gerade. Wow. Ich hab halt links gedrückt gehalten, weil ich einfach durchziehen wollte, weil er schon so nah dran war. Und dann, äh, da kam kein Schuss mehr. Dann musste ich schnell weiter klicken. Du musst, du musst den, äh, den... Den Ticker auspacken, auch links links. Äh. Leuk, 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 leuk. So hab ich immer hier, Call of Duty Modern Warfare 4 damals gespielt, zum Call of Duty 4 so rum. Oh ja. Da gab's halt irgendwie... Heavy firing...ich kenn das. G3? Ja. Die hatte halt nur Single Fire, dann musste er halt durchdrücken. War aber sonst ziemlich stark. Ich kenn die in Modern Warfare 4, ich hatt's auch gespielt. So, wir haben natürlich nicht darauf geachtet, ob hier noch jemand auf der Insel runtergegangen ist. So von wegen in der Stadt oder so. Ja, facken wir's. Meine, die Stadt ist sogar noch fast drin nächste Runde. Wir könnten auch das Auto hier links nehmen und einfach wegfahren. Deine Entscheidung, Ben. Ich würd fast sagen Auto nehmen. Die Frage ist bloß, wollen wir dann zum Powerplan oder so erstmal? Aber das ist halt alles offen. Wo? Wir geht's steil runter. Äh, Ben, Ben, du machst die Ansagen und du fährst auch. Ich mach die Ansagen, na geil. Ich hätt's dran Schuld, wenn's schief geht. Nö. Schuld bist du dann nicht? Noch nicht. Ich werd's mal versuchen dir die Schuld zu schieben und alles, aber Schuld bist du nicht. Nee. Wir können erstmal hier auf diesem südlichen Zipfel bleiben. Da vorne links. In den Häusern oder so, keine Ahnung. Das ist nur ein Vorschlag. Erstmal Deckung suchen. Oh Gott, wir haben uns schlechte Deckung gesucht. Jep. Vor allem rennen wir immer gleichzeitig raus. Und vor allem hat es gerade geruckelt. Wie Sau. Meine Fresse. Gehen wir uns raus gegenüber. Hier ist noch ein Zweierhelm. Ich hab'n Zweierhelm. Okay. Nee, mein ist sogar noch. Gau, boah. Alles gut. The clean helmet. Alter. Schieb mich nicht raus, du blöde Tür wieder. Geht's noch? Seh' ich aus wie Rambo. Nice. Und noch mehr AK-Amo. Oh Gott, hier ist überall nur AK-Amo in dieser Map. Das ist doch geil. Kannst du ein Auto zerstören damit. Alles ist komplett Ammo. Ja, kannst ein Auto zerstören damit. Und noch eine Frag Renate. Ich glaub ich hab jetzt fünf Frag Renate. Kannst auch ein Auto zerstören mit. Das hoffe ich doch. Aber ich glaub eine Frag Renate tötet das Auto gar nicht. Oh, Schüsse? Auto. Ja, von der Insel runter halt. Fährt weiter aber. Ich konnt's nicht mehr hören. Ja, es ist nach Osten weiter gefahren. Am Wasser lang direkt. Und im Nordosten kommt ein Airdrop. Ja, ich seh' das Auto ja. Also es ist nach Milta rein gefahren. Ja, ich will grad gar nicht nach Milta grad rein. Ist ja, ist die Sache. Wie gesagt, im Nordosten. Soll ich zu dir rüber kommen? Kannst du machen, wenn du möchtest. Dann soll ich hierbleiben? Ja, wenn die Schüsse kommen aus 300 irgendwo aus den Häusern da. Ja, hab ich mir schon gedacht. Vielleicht müssen die worauf die schießen. Weil den Airdrop können sie nicht einsehen mit Sicherheit. Der ist dort hinter dem Hügel gerade. Ähm, auf... Was ist denn das? 25? Ist grad ein Auto ins Haus gefahren. Was ist mit der Garage? Das Haus. Ist da rein gefahren. Weißes Haus, rotes Dach? Direkt alleine? Nein, nein. Orange, weiß, gestreiftes Haus mit blauem Dach. Blauem Dach? Okay, oben auf dem Hügel drauf. Genau. Und da ist auch einer auf dem Balkon. Hat sich da hingelegt. Nicht schießen, wenn nicht. Nicht schießen, wenn nicht. Nee, nee. Und das Auto steht drin. Ich kann auf die Entfernung treff ich eh nix, dass ich irgendjemand killen würde. Ich könnte, aber ich mach's nicht. Hast du einen Achter? Ich hab einen Vierer, das geht super easy. Okay, mit dem Vierer komme ich dann nicht ansatzweise hin, dass ich das sinnvoll treffen würde, glaube ich. Lass mich mal checken. Zumal du dann wahrscheinlich auf 200 zeroen musst. Ein bisschen Abfall hast du bis dahin wahrscheinlich schon. Würde ich behaupten, von der Größe der Leute her. Wird das wieder reingelaufen, der Tybi? Vermut man, sein Kumpel wird irgendwie an den Erdruck... Wir sind sogar immer noch in der Zone, Lölz. Ja. Nur müssen wir dann im Zweifel... Das wird sich nach... wir müssen danach nach Mülter, definitiv. Ja, oder nötlich von Mülter, kann auch sein. Erstmal möchte ich schauen, ob die Typen aus dem Westen machen. Ich guck nach Mülter. Ist wieder da einer auf dem Balkon? Ich werd nicht schießen, das ist mir zu risky auch. Ich beobachte nur. Die Gammeln wird auch da rum. Ist das im... Ja, die sind mitten in der Zone. Trotz in dem Haus. Die wollen wahrscheinlich da drin bleiben. Oben auf dem Berg im Nordosten, genau, sind zwei Leute. Ganz oben auf dem Berg. Am Horizont. Oh Gott, hier direkt bei mir ist was. Bei mir hat was geschossen. Ich hab nix gehört bei dir. Zwei Schüsse, dick, großes Kaliber. Eingeschlagen oder abgefeuert? Abgefeuert. What? Warum hab ich die nicht gehört? Waren die richtig laut oder waren Schalldämpfer? Die waren laut. Dann... Dann... Backts ganz schön. Der Tybi auf dem Balkon ist aufgestanden. Und schießt auf irgendjemanden. Wurde auch getroffen. Ach, auf Westen. Die haben auf das Auto auf den Buggy geschossen, der nach Westen gefahren ist. Dort oben auf der Höhe. Und da müssen aber noch jemanden sein, der zurückschießt. Weil du triffst doch nicht vom Buggy aus jemanden auf dem Balkon. Oder? Und wie gesagt, im Nordosten genau liegen welche oben auf dem Hügel. Wenn die keinen Sniper haben, weiß ich nicht was das sein soll. Ähm, wir werden wahrscheinlich ein Auto nehmen müssen, oder? Sonst wird's kacke. Wäre praktisch. Weil sonst müssen wir über's auf ein Feld rannen. Also es geht auch, aber dann müssen wir hoffen, dass wir nicht entdeckt werden. Komm mal raus. Bin auch gerade rausgekommen. Bin beim Auto. Äh... Ich guck gerade noch, ob hier irgendjemand angewandelt hat. Ich fahr aber zur Zeit echt ungern. Warum? Wenn du mir einen Anhaltspunkt gibst, wo wir hingehen wollen, dann fahr ich auch irgendwo hin. Äh, das Haus westlich in der Zone. Westlich in der Zone. Nördlich von dem M von Möltar. Da genau sind zwei Leute drin. Das ist das, wo die reingefahren sind. Ähm... Möltar. Einfach Möltar rein, erstmal in die Stadt rein. Also von da aus weiter machen. Na dann. Fahr mal einfach mal in die Stadt rein. Ich hoffe, dass wir nicht umgeholzt werden. Willst du wirklich hinterm Fahrer sitzen? Oh, Moment. Schießen die links? Ja. Ich weiß auch, die schießen da noch. Aber nicht auf uns, sondern irgendwie auch auf was anderes. Ja. 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 Ich glaub deine Waffe ist Fullauto. Ja jetzt schon. Kotten gestellt. weg schnell um clear unten macht die tür wieder zu clear oben aber das autos ist nicht in der zone wir müssen weiter rein ben ja ich wollte nur nicht ewig weiter in die stadt rein willst du das auto mitnehmen oder was ne ne quatsch gut dann lauf buggie von links buggie von links tot war instant tot der ist auf mich zugefahren das ist relativ einfach zu treffen zum glück du sagst auf dem hügel sind welche direkt oben auf dem hügel ja waren vorhin zumindest die waren halt wirklich nur durch die silhouette zu sehen ich mach die tür neben dir wieder zu du müssen jetzt an den rand von mülter mal wollen oder nicht ich bin links neben deiner hülse ich habe noch ein extended mag für die ar das nehme ich mir nicht hier links direkt ich habe die tür nur weggeflogen nehm ich mir nicht nehm ich mir nicht achso wie steht es bei dir mit painkillern und energy drinks und so energy drinks habe ich nicht einen painkiller habe ich zwei zwei first aid geht es ok wenn du zwei painkiller hast ich habe zwei energy drinks halt nur einfach so willst du frags haben du kannst mir geben eine ich meine ich werde die zwar wahrscheinlich nicht benutzen aber du kannst mir theoretisch geben nordwestlich direkt vor uns im haus direkt oben auf dem haus haben sie gerade geschossen im blauen haus oben ich glaube der typ oben drauf lebt auch noch wenn ich mich nicht irre ich glaube der typ unten ist gestorben hier ist noch einer direkt neben uns direkt am stein vor dir ne es war einer wo du rausgelaufen bist denn wir haben 20 sekunden müssen wir rennen der tür am stein ist nicht tot oder nein nee 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 kacke ich laufe auf das blaue hausthof wo der typ auf dem dach war ich lauf mit ben ich sag's dir ja nur ich hab mich halt hinten nicht umgedreht schießt immer noch oben auf dem dach er schießt aber nicht auf uns er hat rechts den typ mit einem stein erschossen ist ja ok bei der würden wir das wahrscheinlich gehört haben tot aber pass auf aber nicht der hat noch ein mate irgendwo wahrscheinlich im haus oder sowas wenn wir müssen los aber pass auf der hat noch ein mate oh oh das hat mich gut erwischt oh ja sorry aber du ich glaub ich wurde auch böse ich bin hab bisschen ich muss mich in der nächsten deckung bandagieren geht nicht anders rechts von uns gehe ich auf 60 auf 60 zwei stück ich muss mich trotzdem erstmal heilen ich glaub ich in die ah ich seh sie laufen fuck die können mich beschießen wenn sie wollten einer down hinterm baum direkt der hat nach der hat nach der hat beschossen aus westen westen nordwesten oben am haus wahrscheinlich nein nein zwischen den beiden häusern einfach ne hügelkuppe die müssen uns beeilen denn ich pack mir noch painkiller rein und energydream wahrscheinlich du am besten auch solange du noch in der deckung bist ja dann laufen wir hast du die smoke geworfen ja ich glaub das war der typ der oben noch war wir haben noch den typen getötet die wir vorhin ausgenockt haben gerade damit er uns nicht mehr ansagen kann ich glaub straight auf den wichser zu das macht uns die sauen noch kalt No eyes on any, any Nordöstlich von mir In der Zone, ich heim mich Der ist außerhalb der Zone Der war an den Bäumen im Nordosten Der läuft jetzt Nein, leider nicht Tod Tod, oder? Tod, Tod, Tod Aber es sind halt noch sieben am Leben, Mann In Zweierteams Ist mich verarschen? Sind die alle in dem scheiß Haus drin Und trauen sich nicht, oder was? Geh näher ran Ich hab mir auch grad gedacht Problem ist, ich hab ja keine Deckung mehr Die könnten auch von oben kommen Die müssen eigentlich fast alle im Haus sein Pass auf Das ist glaube ich fast die beste Deckung Okay, jetzt nicht mehr, wenn du da hoch gehst Muss oben drin sein einer Fuck Von Osten Bin ausgenockt Läuft bei den Bäumen Direkt im Osten Funde mich aus Jetzt Direkt beim Baum Am ersten Baum hier vorne Wen sind? Okay Wen sind? Du sagst Erste Bomben aus Ja, direkt von mir Osten Genau Kannst du mich wiederbeleben? Bin noch in der Zone Kommst du näher ran? Äh, was halt meinst du mit näher ran? Viel näher bräuch Kann ich nicht, oder? Hast du noch was zum Heilen? Was größeres für mich? Ja, hab ich Kannst du direkt bitte droppen Mach ich X Nehm's Wenn wir sind, die letzten beiden Nehmen den beiden da drin Ja, ja, schon klar Achtung, ich werfe eine Granate Nicht rangehen weiter Oh fuck, die kommen zu Kann eigentlich direkt die Stoßen hinnehmen, oder? Mh Fuck, ich stehe direkt in der Ecke Einer noch, aber Einer muss noch leben Ich gehe gleich hoch Weil ich habe nichts mehr zum Heilen Großartig Ich gehe direkt hoch Und gucke, wo der ist Okay Ja Kommst du mit? Ja, Coco Direkt hier links um die Ecke Ne, ist er nicht Gerade durch Nice Ah, sehr schön gemacht Meine Ohren Ah, yeah Aber mit der Runde hast du kein Problem für YouTube, oder? Hau es auf YouTube Sofort Ja, wir haben gewonnen Ich habe sechs Kills Wie warst du, Vincent? Vier Ja Zehn Kills im Squad Fünf Squads ausgeschaltet, quasi Warte, im Squad? Mh Nein, wir haben nicht gewonnen Wir haben Duo gespielt, entschuldige